Herzlich willkommen zum Make Life Better Projekt. Aufgrund der Einladung Ihrer Gastgeberin oder Ihres Gastgebers darf ich Sie ganz recht herzlich begrüßen und wir sind sicher, dass dieses Projekt auch etwas für Sie sein könnte. Das Make Life Better Projekt wird betrieben von Menschen grundsätzlich, die sich für ein besseres Leben interessieren und sich dieses wünschen. Ob Mütter für ihre eigene Familie, ob Selbstständige oder Angestellte, die keine Lust mehr haben, Zeit gegen Geld zu tauschen, junge Menschen, die ihre Zukunft in die eigene Hand nehmen wollen oder Therapeuten, Ärzte, Heilpraktiker, die das Optimale für ihre Patienten wünschen. Sie können ab sofort als Systembesitzerin oder Systembesitzer eines Wellness- und Lifestyle-Business-Modells sofort am Markt der Zukunft partizipieren. Der Markt ist der Markt der Gesundheit, das Wellness, der durch den Wert der Gesundheit in den letzten Jahren immer größere Begehrlichkeit bekommen hat. Aber auch Sie merken es, wenn Sie in Apotheken gehen, der Markt wird immer größer und frei verkäufliche Produkte mit Alleinstellungsmerkmal, bieten enorme Chancen. Und dabei ist unser Unternehmen, Unicity International, das Make Life Better Unternehmen, bestens positioniert im Markt der Zukunft. Seit 1903 Expertenerfahrung in den Märkten Wellness, Fitness, Beauty, mit über 400 hochwirksamen Produkten und einer Forschungsabteilung, die auf höchstem Niveau produziert, die Produkte herstellt in Pharma-Qualität, Produkte, die Sie in die Lage versetzen, die Selbstheilungskraft Ihres Körpers zu reaktivieren und Ihren Körper dazu zu bringen, dass er in bester Form das vollbringt, was Sie sich wünschen. Unicity International ist bekannt für hochwirksame, innovative und mit wissenschaftlichen Studien bewiesenen Produkten und dabei gilt vor allen Dingen eines, die Geld-Zurück-Garantie. Und wenn wir jetzt ein wenig darüber sprechen, was das Unternehmen so besonders macht, dann ist das sicherlich der höchste Qualitätsstandard. Wenn Sie heute in den Supermarkt gehen, bekommen Sie dort Supermarktware als Basis. Ja, dann kommt die Bio-Qualität und dann kommt die höchste Form, die Sie normalerweise kaufen können, Babynahrung. Dann gibt es allerdings eine Herstellungsform, diese nennt sich GMP, Good Manufacturing Practice und das steht für eine gute Herstellungspraxis für Arzneimittel. Genau in dieser Priorität, in dieser Rangliste, auf dieser Qualitätsnorm werden die Unicity-Produkte hergestellt und in der Krone sind mittlerweile sogar 16 Produkte Teil des amerikanischen Ärztehandbuches geworden aufgrund dieser herausragenden Qualität. Sie können jetzt dabei sein, wenn wir in den Markt gehen, der da heißt, für den besten Körper Ihres Lebens. Und dabei sind wir in einem Markt, der voll ist mit unterschiedlichen Meinungen. Doch schauen wir doch mal, was die Weltgesundheitsorganisation sagt. Für den besten Körper Ihres Lebens ist entscheidend Bewegung, Entspannung und Ernährung. Und 80% macht dabei die Ernährung aus. Entscheidend ist, auch das sagt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, dass wir ausreichend Obst und Gemüse essen. 90% der Bevölkerung schafft das leider nicht. Aber auch wichtig, Ballaststoffe zu uns nehmen, 30 Gramm. Und auch hier sind bei 70% aller Menschen, ja, ist das einfach Fehlanzeige. Die Konsequenz, 70% der Arztbesuche sind ernährungsbedingt und 60% aller Todesfälle sind ernährungsbedingt. Letztendlich die Situation, Sie kennen das sicherlich, wenn Sie sich umschauen, wenn Sie sich Zeitungen anschauen, die einseitige Ernährung, Fastfood, Bewegungsmangel, Umweltgifte und der übermäßige Gebrauch von Medikamenten. Aber vor allem auch Stress führt dazu, dass Menschen vorzeitig altern, ihre Figur nicht mehr in Ordnung bekommen. Ja, Hauterkrankungen, Allergien, Verdauungsprobleme. Schauen Sie sich mal an, was aktuell in der Primetime, in der Werbung läuft. Ein Abführmittel, ein Produkt gegen Verdauungsprobleme nach dem anderen. Zivilisationserkrankungen sind die Folge. Und wo ist die Alternative? Ganz einfach. Könnte man sagen, gesunde Ernährung. Doch die hat ihren Preis. Wenn man heute einmal den Versuch unternimmt, wir haben das getan, auf den Markt zu gehen, um dort frische Marktware zu kaufen, dann kommt man auf einen stattlichen Preis von 8, 9, 10 Euro am Tag. Das sind immerhin 250 Euro im Monat pro Person plus Arbeitsaufwand. Da ist doch die Frage gestattet, kann sich das jeder leisten? Wir haben mit Unicity eine tolle Alternative, die sich jeder leisten kann. Das Beste aus Gemüse und Kräutern, die Unicity Daily Programme, die einerseits die vorzeitige Alterung stoppen und andererseits das biologische Alter verjüngen und das Ganze schon ab 2,99 Euro. Doch Achtung! Das wäre bislang vielleicht sogar ein Vortrag, den 1, 2, 3 Firmen weltweit noch mitgehen könnten. Aber jetzt kommt die große Besonderheit mit unserer Partnerfirma Unicity. Denn es fehlt für die meisten eine Grundlage. Es fehlt die Grundlage, wirklich den besten Körper des Lebens zu haben. Denn dieser entsteht nur dann, wenn wir auf unseren Darm achten. Wenn wir darauf achten, dass unser Darm als Kraftwerk rein ist, dass er sauber ist, dass er leisten kann und wir energie- und leistungsfähig sind. Und spätestens nach dem Buch Darm mit Scham ist vielen Menschen bekannt, dass der Darm tatsächlich Kraftwerk ist. Und hier setzen wir an, für den besten Körper des Lebens wird eben eine Phase vorgeschaltet. Bevor wir den Körper versorgen, ist es wichtig zu entgiften und zu entschlacken. Und dieses wichtige Puzzleteil steht Ihnen jetzt möglicherweise erstmalig in Ihrem Leben zur Verfügung. Und dafür einen kleinen Film, um Ihnen mal zu zeigen, wie so ein Darm aussehen sollte, wenn er gesund ist. Deshalb kurz einmal ein kleiner Film. Ja, und Sie werden hier sehen, wie bei einer Darmspiegelung so ein sauberer, gesunder Darm aussieht. Schön rosa. Und ähnlich wie beim Zähneputzen, wir sollten eben jeden Tag unseren Darm putzen. Wir sollten in der Lage sein, ihn reinzuhalten. Und dafür sind Ballaststoffe, die Zahnbürste für unseren Darm, leider, ja, wie wir vorhin schon gesehen haben, sind die wenigsten Menschen in der Lage, dies regelmäßig zu tun. Und dann entstehen natürlich Ablagerungen, die raus müssen, die sich in sehr ungünstiger Form dann erkenntlich zeigen und uns die Vitalität nehmen, die uns die Energie nehmen und bei immer mehr Menschen tatsächlich zu Problemen führen. Sie sehen das hier, so sollte definitiv kein gesunder Darm aussehen. Ja, wenn Sie mehr dazu wissen wollen, haben wir da einiges an Videomaterial für Sie vorbereitet. Sie wandern über die Leber, das Herz bis in die Lungen und von dort hinauf in den Kehlkopf. Hier werden Sie aufgehustet und verschluckt. Erst jetzt entwickeln sich im Dünndarm die Erwachsenenwürmer. Ein Film vom Bayerischen Rundfunk, wo es darum geht, mal zu hinterfragen, gibt es noch eine andere Schwachstelle in unserem Verdauungsapparat. Und tatsächlich ist das so, das sind Parasiten. Und viele, viele Menschen haben davon immer nur gehört, wenn es um die eigenen Haustiere geht. Wir möchten Sie sensibilisieren zu diesem Thema und Ihnen naheliegen, wirklich mal zu überprüfen, warum macht man die Wurmkur nur beim Hund und bei der Katze, wenn man sie kauft und macht das regelmäßig. Ja, einige kennen dieses Thema schon und wir möchten Sie intensiv darauf hinweisen, dass das kein Thema ist, das man einfach sehr leicht nehmen sollte. Und genau dafür hat Unicity das Detox-Programm entwickelt. In 30 Tagen zu neuer Energie und Wohlbefinden. Und hier werden zwei Dinge parallel angegangen. Einmal die 30 Tage Zellregeneration und Säurebasenkur. Da geht es um Zellschutz. Da wird aktiv gegen Zellulite angegangen für eine strahlende und straffe Haut. Denn es wird der Säurebasenhaushalt reguliert und der Sauerstoffgehalt wird unterstützt. Und andererseits, und das ist ganz entscheidend, wird das Immunsystem gestärkt, in dem Gifte und Parasiten ausgeschieden werden. Und dabei kommt es zu einer Entlastung unseres Verdauungssystems. Und damit natürlich, das wollen wir, mehr Energie und mehr Leistungsfähigkeit. Doch jetzt kommt das absolute, ja die Krönung mit dem Unternehmen Unicity. Denn Unicity ist das einzige Unternehmen, das den loyalen Partnern und Kunden alle sechs bis zwölf Monate diese Darmreinigung kostenfrei liefert. Als Geschenk. Denn das Unternehmen weiß, Gesundheit beginnt im Darm. Hier ist das Besondere beim Unternehmen. Stellen Sie sich vor, Sie kaufen ein Auto. Und der Hersteller übernimmt für Sie die Wartung. Ähnlich ist es bei Unicity, dass das Kraftwerk gewartet wird. Sprechen Sie dafür unbedingt die Person an, die Sie auf diese Präsentation hingewiesen hat. Und jetzt möchten wir mit Ihnen über den geschäftlichen Teil sprechen. Jetzt geht es um Ihre Chance als Systembesitzer eines Wellness- und Lifestyle-Business-Modells an den Märkten der Zukunft beteiligt zu sein. Und diese sind hochlukrativ. Alleine der Bereich Wellness und Prevention mit über 25 Milliarden Euro ist ein enormer Bereich. Und hier ist Unicity bestens positioniert. Ein Beispiel, das Unicity Balance, ein Produkt, das über 20 Jahre im Markt ist, mittlerweile viermal weiterentwickelt wurde. Und in der Lage ist, Cholesterin und Blutzucker auf natürliche Art und Weise zu regulieren. Oder die Unicity X Matcha Produkte, die 24 Stunden am Tag Fett verbrennen und das Ganze bei optimalen Blutwerten. Und ja, der Bereich Energy und Sportsdrinks. Unser Energydrink ist mehr als das und ist im amerikanischen Ärztehandbuch. Andererseits gibt es mittlerweile Firmen, da werden Energydrinks verboten. Bei Personen unter 16, die Firma hat eine enorme Innovationskraft. Alle 12 bis 24 Monate sind sie der Konkurrenz mit einem völlig neuen Produkt oder einer kompletten neuen Produktlösung voraus. Aber im Herzen steht die Idee, die Darmgesundheit, die Zellgesundheit anzugehen. Und damit entsteht eine einfache, aber sehr wirkungsvolle Erfolgsformel. Viele machen wenig. Drei Kunden, drei Partner und das Ganze dreimal duplizieren. Und ja, ihre eigenen Produkte haben sie schon kostenfrei, wenn sie nur selber drei Kunden haben und drei Partner, die das Gleiche tun. Und dabei entstehen dann auch bei ambitionierten Partnern schon in den ersten Wochen und Monaten die ersten großen Erfolgsgeschichten. Sie sehen das hier, über 1.000, über 2.000, ja sogar über 4.000 Euro im ersten vollen Monat. Die wirkliche Idee, die wir ihnen näher bringen wollen, ist es, dass sie sich mehr Zeit durch ein passives Einkommen aufbauen können. Und dabei gilt mit nur drei aktiven Partnern eine riesige Karriere. Wenn sie das dreimal multiplizieren, dann entsteht daraus ein sehr, sehr interessantes Einkommen von bereits über 2.400 Euro. Und das Ganze führt zu einem Karriere-System, das weltweit seinesgleichen sucht. Jetzt möchten wir Ihnen natürlich auch verraten, wie diese riesigen Boni und fragen Sie dafür bitte Ihre Gastgeberinnen und Ihren Gastgeber, denn jeder neue Partner kann auf ein Bonusprogramm von weit über 100.000 Euro zurückgreifen, wie das zustande kommt. Die Antwort, der Wandel, liegt ganz klar in der Veränderung der Vermarktung, die nicht mehr bei uns so läuft wie im klassischen Bereich, dass wir über den Importeur, den Großhändler, den Einzelhändler und die klassische Werbung gehen. Wir bewegen unsere Produkte direkt zum Kunden von Mensch zu Mensch und sparen uns die Werbung, die, wie Sie sicherlich wissen, bei einigen Produkten so viel Geld verschlingt. Man könnte fast glauben, umso schlechter das Produkt, umso höher der Werbeaufwand. Wir greifen ganz bewusst auf den Faktor Mensch zu Mensch zurück. Wir haben wirksame Produkte, die wir gerne vermarkten wollen. Und unser Modell wird unterstützt mit Systemen vor allen Dingen für Branchenfremde und Quereinsteiger. Sie können das Ganze lernen, Schritt für Schritt, auf dass Sie ähnliche Erfolgsgeschichten sich aufbauen können, wie Sie es hier bei Menschen sehen, in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, überall, weltweit. Und jetzt geht es so richtig los mit dem Unity Franchise in Europa, denn für nur 30 Euro bei voller Geld-Zurück-Garantie können Sie Ihr eigenes Geschäft aufbauen, risikofrei von zu Hause und sich innerhalb von 6 bis 24 Monaten eine schöne Basis für mehr aufbauen. Schnuppern Sie rein, schauen Sie sich um, kommen Sie zu einem unserer Basisseminare. Das Make Life Better Projekt beginnt jetzt. Und es ist Ihre Chance, von zu Hause aus zu starten, ohne großartig etwas zu verändern und zu spüren, ob es Ihnen Spaß macht, bei gutem Verdienst eine Chance auf eine neue Karriere anzugehen. Wir wünschen Ihnen alles Gute und vor allen Dingen Gesundheit und freuen uns, Sie an der einen oder anderen Stelle zu sehen. Alles Gute mit dem Make Life Better Projekt. Vielen Dank.